Aufgrund der afrikanischen Schweinepest ist im OSL-Kreis eine neue Tierseuchen-Allgemeinverfügung in Kraft getreten. In den vergangenen Wochen wurden tote Wildtiere um Lauter, Lauterdorf sowie Tetschwitz auf sächsischer Seite gefunden. In Brandenburg im OSL-Kreis waren es im Bereich des Großkoschener Überleiters 5 positiv auf den Erreger getestete Tiere. Die zuletzt im Dezember angepasste Sperrzone wurde daher nun ausgeweitet. Sie erstreckt sich vom Süden des Landkreises von der Landkreisgrenze zu Elbe-Elster durch die Lausitzer-Seen-Platte, erweitert durch die Gemarkung der Stadt Senftenberg, überall Döbern bis zu Teilen von Fettschau, an die Landkreisgrenze von Spree-Neiße. Im gesamten Gebiet soll verstärkt Schwarzwild geschossen werden, im sogenannten Schutzkorridor und dem Kerngebiet sogar sämtliches, sodass Infektionsketten abreißen und eine Eindämmung der ASP möglich wird, heißt es aus dem Landratsamt. Ein weiterer geplanter Bildabwehrzaun wird über die Gebiete Ruhland-Sämftenberg, Schipkau und Großgriechen gezogen. Weitere Infos sind unter osl-online.de im Internet zu finden.